Hey und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Daffes. Servus mal. Heute gibt es ein Gewinnspiel. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach das Lösungswort finden. Das sind einfach einzelne Buchstaben, die müsst ihr zusammen suchen. Das dann mit einem Hashtag verbinden und dann nehmt ihr automatisch Zeit. So Leute, das war die Erklärung zum Gewinnspiel. Jetzt kommen wir auf den persönlichen Worten, Leute. Ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken für die zwei Anwenden. Weil ohne euch würde der Kanal nicht wirklich existieren. Weil die Zuschauer sind die basischsten Kanal und ohne erst geht es nicht. Weil dieser habe ich schon mein erstes Placement gehabt. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ich das haben kann. Deswegen danke ich meinen Zuschauern auch deswegen. Weil sie machen mir das möglich. Wer mich auch noch wirklich Danke sagen muss, ist die Alexa. Alexa zockt. Und meiner Freundin, die in Flamme spielt, würde ich mir wirklich Danke sagen. Und danke, was ihr für mich alles tut. Und ich freue mich schon, dass ich bald bei euch wohnen darf. Aber dazu kommt noch ein extra Video. Bis bald. Ciao, Leute.